Hallo, ich habe euch mal ein kleines Paket zusammengeschnürt. Yay, okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich habe euch ein Paket von 8 Projekten zusammengeschnürt von dem letzten Community Event. Und da sind einige sehr interessante Projekte dabei. Ihr könnt das komplett kostenlos runterladen. Link in der Videobeschreibung. Das Ganze sieht dann bei euch ungefähr so aus. Dann drückt ihr hier auf herunterladen und dann wird das komplette Paket runtergeladen. Oder ihr könnt auch einzelne Projekte runterladen, wie zum Beispiel das von Speedy jetzt beispielsweise. Und dann wird das von Speedy runtergeladen etc. Aber ihr könnt das Ganze auch komplett als Gesamtpaket herunterladen. Einfach hier oben auf herunterladen drücken. Ungefähr so wird das dann bei euch aussehen. Das ist doch schön, oder? Acht kostenlose Spiele zum Spielen. Yay. Vom letzten Community Event, wie gesagt. Morgen endet der Abgabetermin. Also morgen ist der Abgabetermin für das zweite Community Event. Und dann werde ich auch dann im Anschluss dann später irgendwann mal ein zweites Paket für euch zusammenschnüren. Und ich hoffe, ihr freut euch natürlich. Und ihr könnt das Ganze dann natürlich dann spielen. So, kommen wir zum zweiten Community Event. Da habe ich noch ein paar Ankündigungen für euch. Das Ganze, ähm, der Abgabetermin ist, wie gesagt, morgen. Dran denken, ganz wichtig. Morgen, Abgabetermin. Es sei denn, ihr guckt das Video später. Also, wenn ihr es morgen guckt, am 8., dann ist es schon heute Abgabetermin. Also, natürlich, dementsprechend am 8. ist Abgabetermin. Und es kann natürlich sein, dass der auch schon gewesen ist, wenn ihr das Video seht. Dann werde ich am 9. und 10. jeweils ein bisschen streamen zum Community Event. Da, ähm, komme ich dann aber wahrscheinlich nochmal im Detail Samstag drauf zu sprechen. Da werde ich vielleicht nochmal ein extra Video hochladen oder nochmal eine komische Info im Community Tab einbringen. Und das wäre dann auch geklärt. Das soll jetzt hier an dieser Stelle nicht groß behandelt werden. Ich werde am Samstag um 21 Uhr streamen und am Sonntag um 15 Uhr. Könnt ihr euch so eintragen schon mal in den Kalender. Und, wie gesagt, morgen Abgabetermin. Das war es soweit von mir schon. Ähm, wie gesagt, ladet euch die Projekte runter. Das kann man ruhig machen. Ähm, da sind ein paar echt gute dabei. Wirklich. Hier, VeryWare. Äh, 1.1 zum Beispiel ist sehr gut. Also, Very ist Version. Ähm, also Very ist sehr, sehr gut, finde ich. Und auch Speedy ist sehr gut. Minelas und Kamaru Kishins, beziehungsweise Shoujo. Hallo, Shoujo. Ähm, auch sehr, sehr gut. Eigentlich sind alle sehr gut auf ihre verschiedene Art und Weise. Ähm, bei den anderen weiß ich gar nicht, von wem die alle waren. Ja, hier Mr. Drachenteufel, da steht's. Ähm, äh, legendär. Ähm, im letzten Community-Event geworden. Legendär war, glaube ich, das erste Projekt, was ich gespielt habe. Und es war sehr brutal am Ende. Auch wenn es etwas ungewollt war. Aber egal. Ähm, ihr könnt natürlich auch noch die Streams nachholen vom letzten Community-Event. Auch dazu wird ein Link in der Videobeschreibung sein. Tschüssi, bis Samstag. Also, ich hoffe, ihr seid beim Streamen dabei. Hm. Und ich hoffe, ihr spielt diese Spiele. Hm. Ja. Das hoffe ich. Tschüssi, Lee. Tschüssi. Tschüssi.